so weit gehen wir doch nicht, da vorne kommt schon der erste Tunnel da sollten wir mit dem Kohle-Chefeln aufhören was ich glaube den Bläser sollten wir glaube ich auch ausmachen machen wir auch aus Kopf einziehen ich glaube eigentlich ist diese Lok nur für 65 Stundenkilometer zugelassen kann aber anscheinend schneller das letzte Mal gar nicht ausprobiert ich finde viele Felder haben wir hier aber die beiden sind der Textur ist was besser als vom Landwirtschaftssimulator hä? ein Heli ein Heli ein Heli-Propter wollen wir unseren Zug mal so ein bisschen im Flug hier begleiten die schöne Landschaft mal so ein bisschen zeigen ein 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 das ist ein 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 Wof, und in dem Moment hast du eigentlich gar nichts mehr gesehen. So, die Servano, wir fahren ja einfach durch. So, hier kommt gleich nochmal so ein schönes Dorf. Ja, hier hängt man das genau. Ich glaube, das hier war das. Nicht mitten in so einem Tal. Du kommst aus dem Tunnel raus, bist in diesen Dorf und fährst in den nächsten Tunnel wieder rein, um rauszukommen. Oh, wird modernisiert. Das ist ein neuer Aldi. Viele neue Gebäude hier. Hinter Zeit gegangen, oder? Stau hier oben. Das sind Coca-Cola, Lkw, Monster, Truck, okay. Das habe ich aber schon mal auf der Canadian Route gesehen. Dass da plötzlich irgendwie zwei Lkw ineinander saßen. So, können wir die Blässe hier schön ausmachen. Druck von der Zylinder. Oh, guck, das ist eine Kühe. So, da kommt jetzt der nächste Tunnel. Das ist ein bisschen ein längerer Tunnel. Da geht es in das ominöse Dorf, was ich sagte. Ich glaube, da halten wir dann auch mal. Können wir ja im Quick Drive machen, wie wir wollen. rüber einziehen. Okay, hier geht es aber schnell weg runter. Die Linie ist bei 60, also der Tacho geht ins 100er. Ich denke mal, so 90, 80 schafft die. Hoch. Hoch. Da kann man ein bisschen seine Geschwindigkeit hier aufpassen. Das ist nämlich eine enge Kurve. Wir gehen mal ein bisschen langsamer hier durch. So. 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 Ja, jetzt wird es wohl langsamer werden. Was ist denn das innen, da kommt jetzt so, jetzt sind wir die ganze Raum ein bisschen stärker, weil wir anhalten möchten. Holla, da kommt ein Dolle. Mal gucken, das Gleise ist nach da hingeschritten, alles klar. Dann hätten wir eh noch 40 fahren dürfen. Ja, Graffiti ist an der Wand hier. Das meine ich, das ist ein richtig uriges Tal hier. Geht's aus dem Tunnel in den Bahnhof, dann geht's eigentlich schon wieder aus dem Bahnhof raus in den nächsten Tunnel. Schönen Puls an die Halle, Filia. So, sollten wir vielleicht angezogen lassen. Alle mal einsteigen, bitte! Richtung Köblitz Altenburg Ich habe gerade ein paar überlegen Ich glaube direkt nach äh auf die untere Route kommen wir gar nicht, ne? Ne Nur erst nach Altenburg und dann nach Köblitz Theoretisch So Die haben geschlossen Dann mal wieder weiter Richte Werbung Ich glaube die Schranke steht ein bisschen nah Da steht hier denn Anusprogramm Okay Aha Noch mal was interessantes Naja jetzt geht es gleich wieder in den nächsten Tunnel Dann mal wieder raus Da war Marienwald Eines dieser Komischen Bahnhof Ich weiß es gerade einfach nicht Wir sehen es ja jetzt Irgendwie steht hier ein Waggon bei uns im Zug Irgendwie habe ich es gerade nicht zu schnell Ich weiß es auch nicht Kommen wir hier nochmal aus Nee stimmt genau das hier war dieser urige Bahnhof Hier ist der Tunnel raus Mit der Brücke Der Kirche Genau hier war das Harte Probe hier Jetzt sieht man, dass die Schlecken tun Die Naturweil ist hier Kloster haben wir hier Mit eigener Haltestelle Das ist glaube ich auch neu So jetzt haben wir es aber mit unserem Tunnel hier Ich meine das war der letzte So jetzt stellen wir nochmal den Lokomotiv wieder um hier Ah stimmt die Zylinder Dings hatten wir gar nicht angemacht Eieiei Alles klar Alles klar Wollen wir mal was gucken? Wollen wir mal was gucken? Vielen Dank.